Freunde, wir möchten jetzt noch ein paar kleine Hinweise geben auf den Ausklang der Veranstaltung. Ich bin etwas nervös. Ihr habt es vielleicht gesehen, wir waren heute Nachmittag schon im MDR-Fernsehen bei Peter Imhoff und jetzt sind wir schon bei Sender Freisberg-Gieshübel, davon live hat alles mitgefilmt. Läuft das die ganze Zeit? Jetzt musst du mir doch vorher sagen, Mensch! Also, wir möchten noch gerne einen kleinen organisatorischen Hinweis loswerden für den Ausklang der Veranstaltung. Und wir werden gleich noch einen kleinen Song spielen. Danach bitten wir euch bitte, koordiniert und ordentlich in Zweierreihen dort hinten an unserem Stand unsere CDs zu kaufen. Die würden wir dann auch bitten, beim Rausgehen aus dem WTC dem Sicherheitspersonal vorzuzeigen. Wo es ausgescannt werden. Richtig, ganz schön. Und wie gesagt, nicht vergessen, bis 20. März spielen wir hier großes Kino. Ihr dürft natürlich auch gerne nochmal selber wiederkommen. Es würde uns freuen. Wir sagen nochmal Daumen hoch für den schönen Abend. Vielen Dank an euch. Bleibt so, wie ihr seid. Vereinten gesund. Verletzt nicht. Lachen ist das Nächste. Wo bitte gehst du die Teilwärtssagen. Vielen Dank. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Die Great Balls on Fire. One, two, three. Wir sind groß. Wir kommen jetzt auf Wir kommen jetzt auf Wir kommen vor Wir schğıt auf Wir kommen jetzt auf Musik 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 Musik